Und jetzt haben wir noch spektakuläre Bilder von Dubai für Sie. Der Kameramann, ein trainierter Kaiseradler. Die Ausrüstung, eine Action-Kamera auf seinem Rücken. Gestartet wurde vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Knapp 830 Meter hoch. Der Adler umkreist zunächst die Turmspitze und sucht Blickkontakt zu seinem Trainer. Auf Kommando geht er dann in den Sturzflug. Er landet schließlich präzise. Zweck der Action ist ein guter Spendensammeln für bedrohte Tierarten.